Hallo Freunde, wir sind jetzt an der Burg Haus zum Haus und gucken uns die Burg mal an. Einen kleinen Rundumweg, wo wir von Garten Rating in der Stadt Mitte gewesen sind, in der historischen Altstadt. Lohnt sich auch der kurze Weg hier zur Burg, die im Jahre 1000 erbaut worden ist. Also viel Spaß beim Rundgang. Haus zum Haus, eine der schönsten Wasserburgen des Niederrheins gilt als Kernzeile oder als Kernzelle der Stadt Rating. Entstanden ist die erste Burg schon um das Jahr 1000. Sie wurde mehrfach umgebaut. Dr. Maximilian Reisgraf von Spee schenkte die Burg im Jahre 1972 der Stadt Rating. Architekt, Diplom-Ingenieur Lambert übernahm sie 1973 und baute sich völlig aus. So. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020